Cello, am Sonntag haben wir relativ deutlich gegen Osnabrück gewonnen. Du hast dabei auch ein Tor erzielt. Würdest du sagen, das war ein typisches Marcelo-Bodka-Tor? Oder wie beschreibt man das am besten? Ne, war schon ein bisschen glücklich, würde ich sagen. Ich habe schon öfters gehört, ob ich geflanken wollte oder schießen wollte. Also sollte schon ein Schuss sein. Aber dass er so wie eine Kerze dann abgefälscht wird und hinter den Torwart reinfällt, ist natürlich nicht gewollt. Aber ja, ein Tor nehme ich natürlich, klar. Und den Sieg auch. Jetzt hat der David beispielsweise in Darmstadt am Geburtstag seiner Tochter getroffen. Du jetzt wiederum auch. Kann man daran festhalten, man braucht einfach mehr Nachwuchs in der Fortuna, um auch mehr Tore zu schießen? Wenn das das Geheimrezept wäre vom Tore schießen, dann wird es, glaube ich, mehr Kinder geben auf der Welt. Aber ja, es ist vielleicht dann auch ein bisschen glücklich, aber vielleicht motiviert es einen doch noch ein, wenn das Kind dann zu Hause auch mit fünf schon ein bisschen mehr mitkriegt, den Papa dann auch verfolgen kann im Fernsehen. Ja, passt natürlich dann alles zum Tag. Ja, aber generell würdest du schon sagen, war es ein verdienter und auch gelungener Sonntag da auswärts? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir da in der Chancenverwertung eher noch ein bisschen fahrlässig waren, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon ein bisschen höher führen könnten, weil wir da wirklich gute Chancen noch liegen lassen haben. Ja, aber unterm Strich war es, glaube ich, ein ordentliches Spiel, 3-0 gewonnen. Das lässt sich dann jetzt aufbauen. Das war bereits dein vierter Saisontreffer. Die gleiche Zahl hast du nur in der Saison 2017, 2018 erreicht. Glaubst du, in dieser Saison wird dir dann noch ein neuer persönlicher Rekord gelingen? Das weiß ich nicht. Ich muss sagen, ist aber auch gar nicht so mein Ziel, sondern ich probiere einfach, auf dem Platz eine gute Leistung zu bringen. Und ich habe, glaube ich, auch schon öfters gesagt, dass es für mich nicht das Entscheidende ist, Tore zu schießen, sondern ich freue mich dann genauso, wenn ich einen wichtigen Zweikampf hinten gewinne, wo man dann irgendwie einen Gegentreffer verhindert oder sowas. Klar, im Fußball geht es darum, Tore zu schießen. Das ist auch absolut gut. Und da freut man sich auch drüber. Aber wenn man dann hinten eben das Tor verhindert, dass das Team gewinnt, dann freue ich mich mindestens genauso drüber. Du hast schon kurz Leistung auf dem Platz angesprochen. Du hast jetzt von den letzten elf Spielen zehnmal in der Startelf gestanden und bist jetzt auch in die Kicker-Elf des Tages gewählt worden. Wie würdest du dich selbst einschätzen? Bist du jetzt auf dem Level, wo du sagst, das ist der Marcel so Wodka zu 100 Prozent? Das ist immer schwierig zu worteln, aber ich glaube schon, dass ich aktuell in einer guten Verfassung bin. Aber das ist ja eben auch keine Verfassung, die dann eben von jetzt auf gleich so funktioniert, sondern das ist eben ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum funktioniert. Ich glaube, dass ich immer auch in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, im Training immer Gas gegeben habe, dass ich da auch probiert habe, wenn Sachen nicht geklappt haben, dass ich dann trotzdem dran bleibe, dass ich mich da weiter verbessere, ob es eben auf dem Platz ist oder im Kraftraum danach oder sonst irgendwas. Das spielt ja alles eine Rolle. Und klar fühle ich mich im Moment gut. Das ist auch gut, dass sich das dann auch in den Leistungen widerspiegelt. Das zeigt nämlich einem auch, dass man Sachen auch richtig macht und nicht nur Sachen falsch macht. Das kriegt man ja auch dann gerne mal zu spüren im Sport, wenn man irgendwie gerade eine schlechte Phase hat, dass auf einmal alle einem reden, du hast nichts zu suchen im Fußball und keine Ahnung, du kannst gar nichts. Das ist dann doch eine gute Selbstbestätigung, dass man dann doch auf dem richtigen Weg ist, auch wenn es dann mal eben nicht so läuft, dass man dieses Glück halt erarbeiten muss. Und ich glaube, dass ich da im Moment in einer guten Verfassung bin. Ich hoffe, dass ich die Verfassung eben dann auch noch lange halten kann. Wenn du es jetzt vergleichen müsstest mit vorangegangenen Spielzeiten von dir, nehmen wir jetzt beispielsweise mal die Saison 17, 18, du bist jetzt auch im besten Fußballalter. Siehst du dich da jetzt auf dem Level angekommen, wie du jetzt gerade schon ausgeführt hast? Das ist immer auch wieder schwierig. Ich meine, das war vor drei Jahren, da war ich auch drei Jahre jünger. Jetzt habe ich wieder ein paar mehr Spiele in den Knochen, habe ein paar mehr Spiele erlebt, habe auch ein paar wilde Spiele erlebt, habe mehr Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, dass man im Alter auch mehr reifen wird. Es ist ja auch ganz klar, dass Erfahrung wirklich auch eigentlich durch nichts zu ersetzen ist. Ja, jetzt immer mit dem alten nicht vergleichen finde ich sowieso schwierig, weil man sich immer weiterentwickelt, weil man an seinen Schwächen arbeiten kann, vielleicht noch einige Stärken dazu kriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es damals besser, schlechter oder sonst irgendwas war. Das war dann der junge Wilde vielleicht, kann man jetzt ja so sagen. Aber jetzt wird man reifer und ich glaube, dass ich im Moment in einer guten Verfassung bin. Und dass das Spiel auch, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden ist, als es damals ist. Vielleicht reifer kann man sagen, dass es dann eben nicht mehr so wild ist, sondern eben erfahrener, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es da einfach eine gewisse Erfahrung auf dem Platz gibt, wo man dann gewisse Spielsituationen vielleicht anders wahrnimmt oder anders bespielt, sage ich jetzt mal. Aber ob es jetzt damals besser, schlechter oder gleich gut war, das ist jetzt irgendwie dahingestellt. Das ist schon gut so, wie es ist aktuell. Blicken wir noch mal kurz auf die Aktualität zurück. Am Sonntag war es der Fall, dass wir durch die zweiwöchige Pause die Chance hatten, Jungs wie Emma Ioa und Schinta Appelkamp wieder mit in den Kader zu nehmen. Kenan Karaman wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt auch wieder direkt dazustoßen. Wie wichtig ist es im Saisonendsport, solche Jungs aber generell auch einen relativ fitten Kader zu haben? Ja, generell ist es über eine ganze Saison wichtig, dass du viele Spieler hast. Es geht ja nicht nur dann eben im Spiel darum, die Spieler einzusetzen, sondern auch im Training, dass die Qualität in jedem Training eben hoch ist, weil so nur wirst du besser, wenn du Konkurrenzkampf hast, wenn du dich gegenseitig immer forderst. Und klar, für die Jungs freut es einen natürlich. Vor allem Emma, der wirklich viel Pech hatte diese Saison mit Corona-Quarantäne am Anfang, dann Verletzungen gehabt, kam weggefeiert gegen Braunschweig und dann wieder jetzt, ich glaube gerade zwei, drei Monate raus gewesen, auch Schinter, der jetzt gute Spiele gemacht hat und dann trotzdem immer durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Also klar, für so junge Spieler vor allem ist es dann eben wichtig, dass sie spielen. Klar wollten wir jetzt nicht, dass das Spiel gegen Karlsruhe eben ausfällt, aber für die Spieler, die dann eben verletzt waren, ist es dann doch eine gute Zeit gewesen, wieder ranzukommen und wahrscheinlich können sie sich dann in den nächsten Wochen durch mehr Spielzeit auch wieder zeigen. Klar, wenn der Kader immer zusammen ist, ist es immer besser, erhöht den Konkurrenzkampf, erhöht auch unsere Qualität dann auf dem Platz am Wochenende, wenn wir solche Spiele auch nachschmeißen können. Klar nur positiv. Blicken wir kurz auf diesen Endspurt. Die Saison war natürlich relativ lang und auch kräftezehrend, auch mental. Merkt man das jetzt in der aktuellen Phase oder ist es eher anders, dass man nochmal eine neue Energie verspürt, neue Energie freigesetzt wird? Also ich persönlich kann jetzt nur für mich sprechen, also das ist, glaube ich, nicht, dass ich mental irgendwie müde bin, sondern wir haben aktuell, glaube ich, eine gute Phase. Ja, ich glaube, das pusht einen dann doch nochmal. Ich meine, das ist in der Endspurt, wir wissen jetzt aktuell geht es dann eben um alles. Es ist nicht am Anfang der Saison, wo wir noch 30 Spiele haben, sondern jedes Spiel ist jetzt wichtig, jedes Spiel kann entscheidend sein und von daher ist von mentaler Müdigkeit überhaupt nicht die Rede, sondern ich glaube eher, dass wir da gespannt dem Endspurt entgegenblicken. Du hast da ja wirklich eine relativ klare Sicht drauf, hast dich auch damals nach dem Spiel gegen Bochum relativ deutlich zum Thema Aufstieg geäußert. Fühlst du dich da in der Aussage bestätigt, dass wir lieber auf die Leistung auf dem Platz schauen sollten und uns von Spiel zu Spiel orientieren? Ja, auf jeden Fall. Also speziell, ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, aber mir ist es tierisch auch von Nerven gegangen, immer wenn Sachen gut gelaufen sind, dann waren wir auf einmal Aufstiegskandidat Nummer eins und wenn wir dann verloren haben, wie am zweiten Spieltag gegen Hamburg, war der Aufstieg wieder gefährdet. Also man muss sich einfach mal fernab von der ganzen Berichterstattung einfach auf sich selber konzentrieren, auf das, was man auf dem Platz abliefern möchte, was man da abliefern muss auch und nicht immer auf irgendwas oder in irgendwas reingequatscht werden, worum es dann am Ende geht, sondern was dann am Ende unterm Strich bei rumkommt, das wird man dann sehen, wenn der 34. Spieltag rum ist. Aber vorher immer die Welle mitschwimmen, ob es gut oder negativ ist, das ist nicht meine Sache, wo ich drauf stehe. Deswegen ist es schon gut, dass wir uns immer auf die Spiele konzentrieren und dass das andere mal beiseite geschoben wird. Blicken wir kurz nochmal fernab vom Fußball, nochmal kurz auf dich zurückzukommen. Du bist ja bekannterweise ein Kind des Ruhrgebiets und hast vor deiner Zeit bei der Fortuna ausschließlich im Pod selbst gespielt. Wie blickst du auf deine alten Vereine oder generell die Vereine tief im Westen aktuell oder auch jetzt in den letzten Jahren, seitdem du hier bist? Hast du da trotzdem noch Connections? Natürlich blickt man auf die Vereine zurück, wo man gespielt hat und guckt, wie so gerade der aktuelle Leistungsstand ist. Mit den Connections ist im Fußball leider immer ein bisschen schwierig, weil auch eine hohe Fluktuation jetzt in den Vereinen selber ist. Also da kennt man jetzt dann eben nicht mehr so viele Leute, die vielleicht jetzt vor fünf, sechs Jahren in den Vereinen gespielt haben. Aber natürlich hält man dann noch Kontakt zu einigen Spielern, mit denen man sich besser verstanden hat. Also klar, der Kontakt fällt da irgendwie nie weg. Und wie siehst du das aktuell, wenn man jetzt mal deine Ex-Vereine nimmt, Schalke? Dann geben wir mal als Beispiel den VW Bochum an, der jetzt relativ erfolgreich ist. Dortmund spielt ja sowieso immer eine hohe Rolle. Also ist das vielleicht ein Aushängeschild dafür, wie viel Fußballpower auch durch die ganzen anderen Vereine nehmen wird Duisburg hier einfach im Ruhrgebiet steckt, wo du halt auch herkommst, wo du deine Wurzeln hast? Ja, ich glaube, dass man im Ruhrpott wirklich das große Glück hat, dass auf einer kleinen Fläche viele Vereine sind, die wirklich eine gute Jugendarbeit auch haben. Da hast du dann schon in der Jugend wirklich eine hohe Qualität, ohne große Strecken zurücklegen zu müssen. Wenn ich mit Mitspielern spreche, die irgendwie im Süden oder sowas gespielt haben, dann musst du so Auswärtsspieler auch mal sechs, sieben Stunden fahren, um wirklich gegen eine Mannschaft dann zu spielen. Und das hast du im Pott einfach nicht. Da war das weiteste Spiel, was ich damals hatte, war in Aachen. Das waren dann anderthalb, zwei Stunden Fahrzeit gewesen und dann war es das auch schon. Sonst war alles wirklich in der Umgebung und ich glaube, dass das wirklich auch ein großes Plus ist eben hier im Westen, dass auf einer kleinen Fläche eine gute Qualitätsdichte ist. Und das fördert natürlich dann die Spieler hier enorm, wenn du Woche für Woche dann am Wochenende eine halbe Stunde Fahrzeit hast maximal und dann dort wirklich auf sehr gutem Niveau Fußball spielen kannst. Jetzt bist du allerdings schon bald sechs Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, hier in Düsseldorf. Würdest du mittlerweile sagen, das ist mein zweites Stück Heimat geworden? Hier habe ich mich fußballerisch am meisten entwickelt auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier die ersten Schritte gemacht im Profifußball, bin hier praktisch rangeführt worden. Habe hier meine ersten, also die ersten Zweitligaspiele gemacht, dann in die Bundesliga aufgestiegen. Das sind natürlich Erlebnisse, die du nie vergessen wirst. Das war einmalig. Klar, der Abstieg gehört auch dann dazu, ist auch ein Teil dann da gewesen. Aber trotzdem hat man hier so viele neue Leute getroffen, ist mit so vielen neuen Kumpels, sage ich jetzt mal, hier rausgegangen. Ich werde in der Zeit danach auch noch mit vielen hier Kontakt haben. Deswegen würde ich schon sagen, dass es hier eine zweite Heimat geworden ist, ganz klar. Ich habe vor fünfeinhalb Jahren auch nicht gedacht, dass es dann im Endeffekt sechs Jahre lang werden. Dass ich jetzt nicht so der Vereinshopper war, das wusste ich schon. Also dass ich jetzt nicht jedes halbe Jahr einen neuen Verein möchte, das war mir auch schon von Anfang an klar. Aber ich war doch erschrocken, als man dann mal zurückguckt und man gesagt hat, oh jetzt ist es gerade die sechste Saison. Also die Zeit ist schon sehr schnell vergangen, ja. Wir schwenken zurück zur Aktualität, zum nächsten Spiel auch. In Osnabrück haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die in einer schweren Formtief war. Jetzt kommt mit St. Pauli die Mannschaft der Rückrunde zu uns. Wie switcht man da um oder muss man da überhaupt umdenken in der Vorbereitung auf so ein Spiel? Ne, das würde ich gar nicht sagen, weil wir uns auch echt professionell und wirklich auch gut auf Osnabrück vorbereitet haben. Man sagt ja beim Fußball, der Gegner oder Mann ist immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Also wir haben gegen Osnabrück das schon wirklich ordentlich gemacht und haben denen noch wirklich keine Chancen gegeben. Weil die waren auch hochmotiviert dann eben die Serie, diese oder Negativserie, die sie haben, dass sie dann eben durchbrochen wird. Aber wenn du dann gegen einen Gegner spielst, der voller Selbstvertrauen strotzt, dann musst du dann schon noch hellwacher sein, sag ich mal. Weil die nutzen die kleinen Fehler aus, die wir machen im Spiel. Also wenn wir da mal defensiv nicht auf der Hut sind, ist St. Pauli aktuell in der Form, dass sie die ausnutzen. Da müssen wir dann wirklich auch ein Topspiel abliefern, um gegen eine wirklich selbstbewusste Mannschaft, die wirklich in der Rückrunde richtig viele Punkte geholt hat, also eine bessere Rückrunden-Mannschaft. Gegen die zu bestehen, müssen wir wirklich eine Topleistung abrufen und in der Vorbereitung wird sich nicht ändern. Es wird genauso vorbereitet wie jedes andere Spiel, aber da müssen wir eben eine Topleistung abliefern. Und was beinhaltet diese Topleistung deiner Meinung nach? Also was ist der Schlüssel für den Mittwochabend? Ein Tor mehr schießen als der Gegner. Da würde ich auch was sagen. Nehmen wir mal so mit und am Ende auf dem Papier wird es natürlich reichen. Dann kann ich nur sagen vielen lieben Dank Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Glück für das St. Pauli-Spiel. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.